Ich habe das Gefühl, dass wir, wenn ich mir die heutige Zeit anschaue, dass wir ein sehr realistisches Bild gezeichnet haben. Also der Film ist keine Science-Fiction-Idee, wo dann irgendwelche Roboter durch die Straßen laufen, sondern man kann sehr genau erkennen, das war auch wichtig in der Aussage, dass das alles eine Weiterentwicklung ist von Dingen, die wir heute kennen. Und das Bild ist eins, wo man sich denkt, okay, wenn man heute nicht aufpasst, wie gehen wir mit Rohstoffen um, wie gehen wir mit der Integration von Ausländern um, wie ist die Zuwanderung, wie gehen wir mit dem politischen System um, dann kann es in zehn Jahren so ausschauen, wie wir das in dem Film zeigen. Das macht das Ganze natürlich auch extrem emotional und auch teilweise beklemmend. Und jeder, der den Film bis jetzt gesehen hat, kam raus und hat mir gesagt, okay, ich habe jetzt wirklich mal darüber nachgedacht, was bedeutet das denn, wenn es in zehn Jahren so ist. Bei dem Projekt ist natürlich die große Herausforderung wirklich diese Vision, die Lars Graume als Regisseur und Autor hat, dass man die wirklich schützt gegen alles, was so passieren kann auf dem Weg der Produktion und wirklich den Film auch so kompromisslos und so stark in seiner Qualität macht, wie er am Ende geworden ist. Weil der Stoff polarisiert natürlich, der Film polarisiert, was ich im Kino immer sehr gern mag, dass man sich eine große Auseinandersetzung auch beim Publikum und eine Diskussion daraus herzieht. Und da hat man natürlich von Anfang an, muss man da aufpassen, dass dieses Potenzial, die Ecken und Kanten auch bestehen bleiben. Es wird eine Welt gezeigt, die man so im deutschen Kino noch nicht gesehen hat. Es ist ein Thema, was alle berührt und was wichtig ist, mit dem man sich auseinandersetzt. Und es ist eine große Unterhaltung, sich auf die Reise mit unserer Familie in die kommenden Tage zu machen, weil man sehr viel über sich und über seine Umwelt dadurch lernen kann.